Ja, die richtigen Wörter zu finden ist sehr schwer und die Trauer ist groß und mein Gedanke geht nur auf die Familie von Junior. Wir haben das kurz vor unserem Abflug gehört und das war ein riesen Schock für die ganze Mannschaft. Wie gesagt, wir könnten nicht glauben. Ich persönlich habe auch gedacht, das stimmt nie, er kommt wieder, er kommt wieder. Aber ja, wie gesagt, die Trauer ist groß. Ja, Trainer und alle versuchen uns so zu behandeln, dass wir versuchen, unseren Job zu machen. Sicherlich wird das in den nächsten Tagen noch schwer, aber irgendwann müssen wir wieder das versuchen, auf das richtige Niveau zu kommen. Und ja, wir müssen, das ist leider so ein Leben, egal wie schwer es ist, und wie das passiert, wir müssen wieder weiter machen. Und wie gesagt, der Gedanke geht sicherlich aber für mich persönlich, ich habe meistens auch die Familie.